Ja und damit herzlich willkommen zum neuen Video von meinem Kanal. Heute beschäftigen wir uns einmal nicht mit einem Let's Play, sondern mit Windows neu installieren. Ich habe mir gedacht, da ich jetzt gerade ein Reinhard aufsetzen muss, passt doch, um ein Video darüber zu machen. Basic Setup und was es so Sinn macht, anfangs Software installieren, Einstellungen, die für Spielen vielleicht relevant sind und vielleicht für den einen oder anderen, wenn er am Streamen ist, noch zwei kleine Tipps, aber das sehen wir dann später. Das Erste, was wir brauchen, ist natürlich das Windows-Image. Den Link zum Download werde ich in die Beschreibung packen. Wichtig ist, ihr braucht einen USB-Stick, der mindestens 8 GB hat. Das werden wir dann später im Tool eh noch sehen. Aber jetzt ist das erste Mal der Downloader. Das Media Creation Tool kümmern sich dann praktisch um alles. Ihr müsst nur das Tool downloaden, es dauert dann ein bisschen. So, wir lesen uns natürlich alle ganz breit diese AGBs durch und akzeptieren sie. Sehr schön. Und wenn das Tool fertig ist mit seinen Vorbereitungen, dann wollen wir jetzt ein Installationsmedium erstellen. Wir wollen nicht direkt installieren. Es hat einen einfachen Grund, weil es über das Installationsmedium sauberer ist. So, es wird vorausgewählt, was für ein PC eine optimale Installation ist. Das muss aber jetzt nicht zwingenderweise stimmen. Also im Normalfall Windows 10 64-Bit passt. Solltet ihr da was anderes drin haben oder wissen, dass ihr zum Beispiel eher 32-Bit-Architektur habt, ist das entsprechend abzuändern. Dann wollen wir einen USB-Stick erstellen. Da sagt das Tool eh schon mindestens 8 GB. Jetzt müssen wir warten, bis das Tool die Windows-Installation runterlädt und den USB-Stick fertig macht. So, und nachdem jetzt unser USB-Stick bereit ist, wechseln wir den PC. So, in meinem Fall ist es jetzt, nachdem ich den USB-Stick angesteckt habe, F8, um ins Bootmenü zu kommen. Standardmäßig würde das System sonst wieder in euer altes Windows booten. Ja, könnte jetzt natürlich je nach Mainboard-Hersteller variieren. Ob das mit F8 standardisiert ist, kann ich nicht auswendig sagen. Auf jeden Fall, ihr findet dann den USB-Stick in dieser Liste. Ja, und dann wählen wir einfach den USB-Stick aus und das System wird dann automatisch davon booten, sofern die Erstellung vom USB-Stick funktioniert hat. Und dann kommen wir auch schon in das allseits bekannte Windows-Installationsmenü. So, in meinem Fall sind jetzt noch ein paar kleine Korrekturen zu machen, weil wir uns nicht in Deutschland befinden. Und dann geht es auch schon Richtung Setup. Solltet ihr bereits aktivierte Windows-Lizenz auf der Maschine haben, dann ist es nicht nötig, unter der Voraussetzung, dass ihr einen Internetanschluss besitzt, die Lizenz da großartig einzugeben, weil Microsoft schon seit längerem die Lizenz digital aktiviert. Das bedeutet, wir können einfach sagen, wir haben kein Produkt-Key. Gehen weiter und jetzt kommt es darauf an, welche Windows-Installation brauchen wir. Bei den meisten gängigen Fertig-PCs wird der Home installiert sein. Sollte man sich selbst eine Windows-Version kaufen, empfehle ich immer die Pro-Pro. So, jetzt sieht man natürlich, in meinem Fall, da ist von der vorhergehenden Windows-Installation noch alles Mögliche an Partitionen vorhanden. Die brauchen wir nicht. Das heißt, wir können dieses komplette Ding löschen. Im Grunde sind das nur Wiederherstellungspartitionen im Hintergrund, Boot-Record und die Pro-Pro. Windows reserviert sie ja einen Teil für diverse Auslagerungsdateien etc. etc. Das wird aber vom Installationstool auf den leeren Datenträger automatisch gemacht. Also wir müssen nichts tun, außer vorhandene Partitionen löschen und dann sollte dieser Button hier blau sein, wenn ihr drüber seid. Sollte der ausgegraut bleiben, dann könnte es sein, dass für die verwendete Festplatte zusätzliche Treiber nötig sind oder im Worst Case, dass aus Gründen, die ihr dann rausfinden müsst, das können einige sein, kein Boot-Record geschrieben werden kann und damit diese Festplatte nicht zum Booten von Windows verwendet werden kann. Es kommt nämlich durchaus vor, dass fertige Versionen von Windows auf Festplatten geklont werden, die starten dann auch, aber die Einstellungen vom PC per se passen vielleicht nicht, dass ihr da eine Neuinstallation selbst durchführen könnt. Meistens ist das dann mit ein, zwei Einstellungen im BIOS erledigt. In seltenen Fällen funktioniert es dann einfach gar nicht. Das ist das Risiko an der Sache. Aber wenn alles läuft wie geplant, haben wir da den Button und wir können weitergehen. Jetzt führt das Installations-Tool vollautomatisch die Aufteilung der Festplatten durch und wir dürfen wieder zuschauen, wie die Boerzehnte klettern. Ist jetzt natürlich abhängig vom System, von der Geschwindigkeit. Bei mir geht es recht flott, weil meine C-Platte ein NVMe-Drive ist. So, das war das Kopieren der Daten und jetzt geht es an die eigentliche Installation. Nachdem das System die Vorbereitung abgelassen hat, landen wir jetzt im Installations-Screen von Windows. Gut, im Normalfall sollten da jetzt die Angaben eh alle richtig übernommen worden sein, aber zu Kontrolle. Geht man das jetzt alles nochmal durch? Gut, wir wollen kein zusätzliches Layout, das reicht uns. So, wir brauchen auf jeden Fall einmal kein Windows-Sound während der Installation. Das ist eine Geschmackssache. Ich drehe das gerne ab. Ja und je nachdem, was alles installiert werden muss, hat man dann mehrere Reboots, wie man jetzt bei mir sieht. So, jetzt kommen wir zum ersten wichtigen Teil der Installation. Wir wollen es natürlich privat verwenden. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, sie mit einem Microsoft-Konto anzumelden, wenn man eines besitzt, auf dem man zum Beispiel Office-Lizenzen laufen hat, seine E-Mail-Adressen und man möchte das auch für das System benutzen, kann man sie damit einloggen. Option B ist ein Offline-Konto erstellen. Wir wollen in dem Fall jetzt ein Offline-Konto erstellen. So, wir nennen unseren System benutzer jetzt einfach mal, wie wir den gerne nennen würden. In meinem Fall einfach nur User. Und das Kennwort ist ein super sicheres Kennwort. Im Optimalfall für Kennwörter. Irgendwas, was ihr euch leicht merkt. Mehr als ein Wort. Und Groß-Kleinschreibung. Sonderzeichen. Also das Übliche. Also 1, 2, 3, 4, 5 oder Passwort ist jetzt nicht unbedingt das sicherste Passwort, um einen Rechner zu schützen. Und wenn man ganz, ja, wenn man gar nicht weiß, was in der Meinung ist, es gibt Passwortgeneratoren online. Die Dinge schauen dann aber meistens sehr kryptisch aus. Also, Empfehlung für Passwort. Nehmt mehrere Wörter von Dingen, die ihr kennt. Wechselt Groß-Kleinschreibung. Also zum Beispiel jedes Wort mit dem Großbuchstaben starten. Und fügt das eine oder andere Sonderzeichen an. So, gut. Da können wir jetzt Sicherheitsabfragen definieren, falls wir unser Passwort doch vergessen. Das gab es auch nicht immer in Windows. Früher hast du Pech gehabt, wenn du dein Passwort vergessen hast. So, und jetzt kommen wir zu den Einstellungen von Zusatzdiensten. Nachdem wir jetzt das Setup von einem Gaming-PC anstreben, also möglichst wenig Dinge, die im Hintergrund passieren, deaktivieren wir einfach jede Funktion, die irgendwas tut. Also wir brauchen keine automatische Spracherkennung. Unseren Standort wollen wir sowieso nicht preisgeben. Und da es kein Laptop ist, brauchen wir eine Gerätesuche nicht. Dann Fehlerberichterstattung. Es ist vollkommen okay, diese einfache Fehlerberichterstattung zu haben, die vollständig, eh wer so großzügig sein möchte und Microsoft mehr Daten über seinen PC-Preis geben, kann das gerne anhackeln. Es kann prinzipiell nichts passieren. Ich nehme die einfache. Wieder aus Gründen von weniger Daten, die im Hintergrund geschaufelt werden. Stift haben wir keinen. Wer später ein Zeichenbrettl oder so anschließen möchte, konfiguriert das dann sowieso im Nachhinein. Also weg damit. Dann, das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen auch keine ID, die irgendwo weitergeben wird. Das hängt jetzt davon ab. Das wäre die Möglichkeit, wenn man auf mehreren Geräten unterwegs ist, dass man im Verlauf der Anwendungen synchronisiert ist. Macht prinzipiell nur Sinn, wenn man einen Stand und einen Arbeitsrechner hat und zum Beispiel Office-Daten und so synchronisiert, dass man dann einfach sehr schnell hinnavigieren kann. Brauchen wir für einen Gaming-PC überhaupt nicht. So, und je nachdem, wie viele Komponenten ihr im Rechner drin habt, wird Tester unterschiedlich lang dauern. Sehr schön. Damit hätte Windows einmal seine grundlegenden Vorbereitungen abgeschlossen. Ich habe mir jetzt das neueste Image von der Homepage downgeloadet. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass gleich sämtliche Updates bis zu diesem Download-Tag installiert sind, sondern das bedeutet nur, dass wir die aktuell verfügbare Version haben zum letzten Zeitpunkt, wo Microsoft ein komplettes Installationsmedium damit erstellt hat. Das heißt, unser erster Schritt wird sein, vorausgesetzt wir haben ein vernünftiges Bild. Das heißt, Microsoft Windows hat unsere Grafikkarte zumindest so weit erkannt, dass wir einen Basistreiber gekriegt haben. Gehen wir zu den Updates. Also, Windows, Einstellungen und dann Updates. Jetzt wollen wir mal schauen, kriegen wir Updates. Windows installiert nicht nur systemrelevante Updates, sondern auch Treiber. Das heißt, wenn ihr einen frischen PC aufgesetzt habt, macht es Sinn, als allererstes dieses Windows Update auszuführen, weil dann sämtliche Treiber, die bereits bekannt sind, also in der Bibliothek von Microsoft, vorhanden sind, automatisch installiert werden. Ihr braucht es euch dann nicht mehr mit Treibern ärgern, die die schon kennen. Das variiert jetzt natürlich. Umso bekannter ein Hersteller ist, umso wahrscheinlicher ist, dass Microsoft die Treiber bereits kennt und bereitstellen kann. Ja, und wie wir sehen, gibt es schon einiges, obwohl wir das aktuellste Image haben, das jetzt nachinstalliert werden muss. Und nachdem die Updates fertig sind, starten wir neu. Es kann jetzt in Zeit und Anzahl der Updates variieren, je nachdem, wie wann ihr das Video schaut, beziehungsweise wie viel Updates Microsoft in diesem Zeitraum dann released. Und bei mir war es jetzt relativ wenig. Und damit sind wir wieder im System. Als erstes schauen wir uns jetzt an, was brauchen wir nicht, bevor wir weitermachen mit der Installation vom System. Und eine der Dinge, die wir nicht brauchen, gleich das allererste, sind die Hintergrund-Apps. Also dieses ganze Zeug, was schon von Microsoft vorinstalliert kommt, brauchen wir nicht. Was ihr von diesen Apps nicht verwendet, könnt ihr eigentlich da deinstallieren. Ich zeige das jetzt nur für diese eine App, aber... oder vielleicht nur für die zweite. Also alles, was ihr nicht benötigt, deinstallieren. Der nächste Schritt ist dann, wir suchen die Einstellung für die Hintergrund-Apps. So. Per Default kommt der ganze Schmarrn mit dem System mit und läuft im Hintergrund. Das wollen wir nicht. Es ist zwar nur ein minimales Systemlast, aber je nachdem, wie aktuell der PC ist, sind es dann halt die letzten zwei Prozent, die vielleicht dafür sorgen, dass nicht alles butterweich läuft. Schritt zwei ist dann die Spieleleiste. So. Das ist ein Tool von Microsoft, das euch theoretisch ermöglicht, im Game Screenshots und kurze Clips aufzunehmen. Aber das brauchen wir am PC nicht. Wenn wir das machen wollen, gibt es wesentlich bessere Optionen. Beispielsweise, wenn man Nvidia-Grafikkarte besitzt, die Nvidia-Software. Bei AMD kenne ich mich nicht aus, ob die ein equivalentes Tool haben, aber grundsätzlich Gamebar deaktivieren. die kann, muss aber nicht in die Games reinpfuschen. Aber es ist halt unnötig, man braucht es nicht. Die nächste Einstellung ist der Spiele-Modus. Der Spiele-Modus im Windows ist so ein zweischneidiges Schwert. Zu Beginn von Windows 10 hat man gesagt, schaut es aus. Weil es, obwohl es ein Spiele-Modus ist, der dann unnötige Dienste und Zeuge im Hintergrund irgendwie regeln sollte, einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Zum aktuellen Zeitpunkt macht es Sinn, den Spiele-Modus aktiviert zu lassen. Also, wir sind jetzt in der Version 20.04. Da funktioniert das. Da habe ich es bei mir laufen und da funktioniert es gut. Kann sein, dass Microsoft das in der Zukunft mal wieder vernichtet, wir es mit anderen Diensten machen und dann wieder repariert. Also, Spiele-Modus, checkt es eurer Version, checkt es den aktuellen Status von Windows. Für die Version jetzt lassen wir den aktiviert. und damit sind wir mal mit den Einstellungen zum Thema Windows-Gaming-Einstellungen durch. Die nächste Einstellung ist Geschmackssache, nämlich die Benachrichtigungen, die wir über die Sidebar bekommen. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, die Sidebar zu konfigurieren. Das eine ist, wir nehmen Benachrichtigungsassistenten, das heißt, wir wählen aus, ja, wir hätten gerne Benachrichtigungen, aber nur von einem bestimmten Typ oder eben alle. Also, wir deaktivieren den Assistenten, wir kriegen alles. Wir können Apps priorisieren, dann kommt nur von denen die Meldung oder wir sagen, wir wollen nur Alarme, das heißt, das werden irgendwelche systemkritischen Warnungen, also Dinge, wo dann meistens irgendwas ziemlich schief gegangen ist. Wir wollen definitiv keine Meldungen während wir spielend sein. Ansonsten wäre das zum Beispiel Option, dass man sagt, ich möchte Alarme und die verschwinden dann generell hier. Also, wir kriegen sie dann nicht mehr als Bob-Up angezeigt, aber sollte man irgendwelche Alarme kriegen, können wir sie da über die Seitenleiste aufrufen. Geschmackssache wie gesagt. Das andere ist, Benachrichtigungen generell. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen überhaupt keine Benachrichtigungen, also ich für meinen Dialog zum Beispiel am Streaming-PC sämtliche Benachrichtigungen deaktiviert, dann schalten wir die einfach aus. Komplett. Damit kriegen wir keine Windows-Pop-Ups welcher Art auch immer mehr. Gar nichts. Das deaktiviert dann natürlich Warnmeldungen und Co. auch. Also, das ist dann reine Geschmackssache, wie ihr das gerne hättet. Hängt wahrscheinlich auch von einem Anwendungsfall ab. Streaming-PC habe ich Benachrichtigungen aktiv, Gaming-PC komplett aus. Weil es einfach lästig ist. Und weil grundsätzlich auch nicht riskieren will, dass überhaupt Benachrichtigungen, Informationen in die Welt hinausgehen, die dort einfach nichts verloren haben. Ja, nachdem wir jetzt die Windows-Updates installiert und die nötigen Einstellungen vorgenommen haben, ist der nächste Schritt Basis-Software. Empfehlung Grafikkartentreiber zuerst. Also, da ich in dem Fall eine NVIDIA-Karte drinnen habe, downloade ich halt von der NVIDIA-Treiber-Page. So, in dem Fall haben wir eine normale 1080 drinnen. Wir wollen den Game-Ready-Treiber und wir hätten das gerne auf Deutsch. So, warum installiere ich jetzt den Grafikkartentreiber als erstes? Zu meinen ist das ein sehr wichtiger Treiber und wir werden später dann noch zum Antivirus kommen und es kann sein, dass das nicht sauber abläuft, wenn man den Viren-Scan vorher installiert hat. Hatte ich das Problem, habe die Software dann gewechselt, seitdem nie wieder, aber Grafikkartentreiber ist üblicherweise das Erste, was ich auf neuen Maschinen installiere. Je nachdem, ob ich dann das GeForce Experience verwenden möchte oder nicht, kann ich das mit installieren oder nur den Treiber. Ich installiere das Ding eigentlich immer mit, weil es praktisch ist, um beispielsweise kaputte Einstellungen bezüglich der Grafik von Games zu fixen, aber so wird es nicht Inhalt dieses Videos sein. und wenn die Installation läuft, next step wäre jetzt ein Antivirus. Also, es ist, ich würde nicht einmal sagen empfehlenswert, sondern absolut notwendig, dass jeder ein Antivirus installiert. Es gibt absolut keine Rechtfertigung, keinen Antivirus zu installieren, und zwar professionelle Software. Das ist unumgänglich, wenn man ein vernünftiges Setup möchte. Ja, es kostet ein bisschen Performance und ja, es kann ein paar Probleme machen, aber viel schlimmer ist es, wenn ihr euch ein Virus einfangt und noch viel schlimmer ist es, wenn ihr vom Netzwerk seid und euch ein Virus einfangt, der sich das Netzwerk verbreiten kann. Also, Worstcase ist dann ein komplettes Netzwerk kompromittiert und ja, kein schönes Szenario. So, nachdem wir nun mit Installation fertig sind, ich werde mich da jetzt nicht anmelden, die das verwenden können, das eh mit einem Konto anmelden anzustellen und dann über die Software von Nvidia die Grafikeinstellungen managen. So, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Damit wären wir jetzt grundsätzlich fertig mit der Installation der wichtigsten Software, die wir für den Betrieb brauchen. Was ich an der Stelle jetzt gerne mache, kontrollieren, ob wirklich alle Treiber installiert sind. Und dazu, das ist jetzt reine Geschmackssache und ich suche sie jedes Mal aufs Neue und der Design ist es drinnen ich bevorzuge gewisse Icons am Desktop zu haben. Und zwar den PC, Netzwerkumgebung und Systemsteuerung. Braucht man jetzt im Normalanwenderbereich wahrscheinlich eher selten die letzten zwei, aber in jedem Fall ist das ganz praktisch und es ist ein Shortcut, wo wir hinwollen. gut in dem Fall hat alles wunderbar geklappt. Wir sehen keine Fehlermeldung irgendwie in dem sollte, was nicht installiert sein würde. Der Reiter, wo es nicht installiert ist, aufgeklappt sein und wir würden ein Warnsymbol kriegen und müssten dann den Treiber noch installieren. In unserem Fall ist jeder Treiber bekannt, Installation erfolgreich, Maschine läuft. Ich habe ja vorhin gesagt, wir können das Ding installieren, ohne ein Produkt kein einzugeben, wenn wir mit dem Internet verbunden sind, weil wir dann eine digitale Lizenz haben. Genau das ist bei dem Rechner zum Beispiel bei mir der Fall. Windows wurde während der Installation aufgrund des digitalen Fingerprints des PCs, wer sich dafür interessiert, googelt, auf jeden Fall wird ein Fingerprint erstellt vom PC, damit Microsoft identifizieren kann, ist das die gleiche Maschine? Ja, passt, wir aktivieren das direkt und damit ist mein User nicht mehr dazu genötigt, jedes Mal diese elendslange alphanumerische Kombination einzugeben. Damit sind wir grundsätzlich betriebsbereit, wir haben Treiber installiert, wir haben die Windows Updates installiert, wir haben, wenn wir das wünschen, den Browser unseres Vertrauens installiert, dann unbedingt, ich sage es nochmal, unbedingt ein Antivirus installieren, es gibt keine Rechtfertigung, sein System nicht zu schützen. Absolut kein Argument dafür, existiert nicht. Und dann noch als Tipps für die Basis Software, es macht zum Beispiel Sinn, den Adobe Reader zu installieren, Java zu installieren, das sind einfach Dinge, die man braucht, wenn man sich durchs Internet bewegt, im Normalfall, PDFs öffnen oder irgendwelche Java-Applikationen verwenden. Ansonsten geht es weiter, je nachdem, was ihr vorhabt, braucht ihr Office, installiert ihr Office, die Launcher von den Spieleherstellern, die man benutzt. Und eine wichtige Sache vielleicht noch im Bezug auf Grafik und Display, je nachdem, welches Display man hat, kann es sein, dass Eskalierung aktiviert ist, damit es besser lesbar ist. Das wollen wir nicht, wir wollen eigentlich da hin. Genau. Je nachdem, für die Lesbarkeit kann man die Anzeige skalieren, schaut fürchterlich aus, aber man kann es besser lesen. Wenn ihr ein 4K-Monitor habt, dann wird 100% relativ klein sein. richtige Skalierung wählen beim Gaming-PC, wenn ihr nur zockt auf der Maschine, macht es keinen Sinn, die Skalierung zu verwenden, dann lasst das Ding auf 100%. Es gibt nämlich Spiele, die haben Probleme damit, wenn eine Windows-Skalierung eingestellt ist. Also, reiner Gaming-PC, 100% passt. Wenn ihr es kombiniert verwendet, stellt es auf die Skalierung, die für euch angenehm ist. Im Zweifelsfall, wenn ein Spiel Probleme hat mit der Skalierung, dann ist es eure erste Anlaufstelle. Windows-Skalierung auf 100%. Nach der Änderung der Skalierung am besten den PC neu starten. Und mein Lieblings-Feature So, wir hätten gerne, wenn wir es gerne hätten, einen systemweiten Dunkelmodus. Naja, ja, also wer es gerne hätte, Dunkelmodus, systemweit verfügbar, schon seit Längerem, sehr angenehm. Damit wären wir fast durch. Auf meinem schlauen Zettelchen habe ich noch einen Punkt, der insbesondere für Leute, die gerne Shooter zocken, interessant ist und für Leute, die vielleicht etwas schwächere Maschinen haben, aber trotzdem ein schönes Bild haben wollen. Bei mir ist es jetzt nicht vorhanden, weil die Capture Card ist nicht G-Sync-fähig, geschweige denn Free-Sync-fähig, aber wenn man einen G-Sync- oder Free-Sync-fähigen Monitor hat, was bedeutet, die Grafikkarte und der Monitor sehr simpel formuliert kommunizieren miteinander, damit die Refresherate vom Monitor dem entspricht, was die Grafikkarte in der Lage ist zu leisten, damit man ein schönes, also vom Anschauen her gefühlt, ein sehr schönes, geschmeidiges Bild hat, flüssig und ohne, möglichst ohne Ruggler. In dem Fall findet sich dann die Option hier drinnen und dann kann man checken, ob G-Sync- aktiviert ist. Ich habe tatsächlich noch etwas vergessen. Windows hat eine Einstellung fürs Schnell starten. Die hat den Negativ-Effekt, dass ein sogenannter Snapshot vom Systemzustand gemacht wird, damit das Boot schneller funktioniert. Das heißt, ein Neustart ist in Wirklichkeit kein sauberer Neustart. Damit wir wirklich einen sauberen Neustart kriegen, müssen wir in die Energieoptionen gehen, in den Menüpunkt, also das war jetzt vielleicht ein bisschen schnell, auf diesem Menüpunkt, damit wir die Optionen zur Verfügung haben, müssen wir einmal kurz die Einstellungen aktivieren und diesen Schnellstart deaktivieren. Wenn dieser Schnellstart aktiv ist, haben wir keinen sauberen Reboot und wenn wir das nicht wollen, also wenn wir wirklich einen sauberen Neustart wollen, was beim Gaming-PC unser Ziel sein sollte, der Sackerl muss weg. Und damit habe ich es jetzt wirklich schlauer Zettel und trotzdem einen Punkt vergessen. Naja, glücklicherweise bis zum Ende eingefallen. Also, wie gesagt, ich hoffe, es ist informativ und hilft dem einen oder anderen, seinen Rechner nicht aufzusetzen. Gerne dazu Fragen in den Kommentaren. Ansonsten, bis zum nächsten Video. Euer. Ich bin mir die Einges. Vielen Dank.